Was gibt's hier alles? Was ist das, den Feind ist? Seilwinde der Schleuse. Ich drehe mal an Sachen, von denen ich noch keine Ahnung habe, wofür ich sie brauche. Da kenne ich doch wen. Ich weiß zwar nicht wozu. Hier, du da. Willi. Hilf mir. Du bist doch stark. Na los! Du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Ach, große Hilfe bist du. Jemand hat da oben ein Seil befestigt, das wohl das Tor oben hält. Kamerawinkel, ändere dich. Was haben wir hier noch? Das ist einmal defekte Seilwindel, einmal gerüst. Zu hoch oben. Die Schleuse ist offen. Hm, okay. Ich weiß im Moment noch nicht, wie sich das alles zusammensetzt. Wenn es heruntergelassen wäre, könnte ich daran hochklettern und das Gerüst erreichen. Aha. Was haben wir hier alles? Das ist Palette mit Briketts. Ich nehme die auch immer säckeweise mit. Achso, jetzt kann ich das... Haufen aus Glasflaschen. Kann ich die jetzt nehmen? Ich habe eine der Flaschen mitgenommen. Okay. Äh, Gasflasche übrigens, nicht Glasflaschen. Lies richtig, ne? Ach, und hier unten... Ach, du Schreck, ist das alles groß schon wieder. Solange das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen. Und? Achso, gut. Was ist das? Ist ja drüben noch was. Oh, oh. Ah, ah. Ich sage, solche Lause immer doppelt. Gut, es kristallisiert sich langsam raus. Wobei ich nicht weiß, was ich da unten soll. Ich weiß zwar, was ich jetzt machen... Also in etwa, was ich hier machen kann. Aber ich weiß nicht warum. Was haben wir hier noch? Tower Bridge Whisky. Der taucht von ganz alleine auf. So, das heißt, ich muss die Flasche kaputt machen? Was gibt's hier noch? Streichhölzer. Okay, Gasflasche und Streichhölzer. Es steht echte Sturmstreichhölzer. Ein tolles Souvenir vom Tower Bridge riecht fest. Sturmstreichhölzer, ne? Was gibt's hier noch? Oh, hier geht's aber noch weit rum. Ich will erst mal was versuchen. Kann ich die Gasflasche ohne weiteres hier dran befestigen? Keine Experimente mit der vollen Gasflasche. Na doch, dachte ich mir so. Hier dran befestigen. Dann aufdrehen, anzünden. Und dann dreht sich das. War nicht so der Gedanke. Okay, ich such mal weiter, was es ja noch gibt. Wo geht's denn hier noch lang? Überall. Da oben. Ich habe den Schraubenschlüssel genommen. Mhm. Was ist das? Zement. So ein ganz schöner Haufen. Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Rampe das. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Geht's jetzt schon wieder los grad? Oh, wow. Der Wagen ist gegen den Prellbock geknallt. Und der Inhalt wurde rausgeschleudert. Hm. Wäre der Wagen noch schneller, dann würde seine Ladung bis aufs Gerüst fliegen. Mhm. Inwiefern ist das ein guter Hinweis? Kann ich das Zeug hier reinpacken? Bringt das was? Sie dienen eher zum Anzünden als dafür. Hm. Okay, was wäre es wert, das aufs Gerüst zu schleudern? Ein Zement kann ich ja nicht nehmen oder reinpacken. Macht auch relativ wenig Sinn. Und wie kriege ich das Ding schneller? Wie kriege ich das Teil schneller? Extrem heiße Lampen. Äh, Oskar? Lass dir was einfallen. Das hört sich an wie eine Aufgabe für mich. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir äh brennbares Zeug und Dinge zum Anzünden. Jede Menge sogar. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwo ein Feuer machen. Trotzdem weiß ich gerade nicht so wirklich was damit anzufangen. Gibt es hier noch was? Oh, tatsächlich. Nee, gibt's nicht. Okay. Okay, ich habe also wirklich noch keine Ahnung, was ich jetzt hier hochschleudern soll. Aber ich möchte das Ding gern irgendwie zum Drehen kriegen. Aber mir fällt das wirklich nur mit der Gasflasche ein. Was ist denn hier mit schwerer Schraubenschlüssel? Kann ich hier dagegen rummachen? Hier kann ich nichts aufschrauben. Was stand da? Hier kann ich nichts aufschrauben. Achso. Hm. Ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen... Gemütig hören sie jetzt so einen Buckel machen, ne? Da muss ich das Mikro anmachen. Wenn es heruntergelassen wäre, könnte ich daran hochklettern und das Gerüst erreichen. Hm. Wenn es heruntergelassen wäre. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Kann ich hier irgendwas machen? Hier kann ich nichts aufschrauben. Mensch, du kannst aber nichts. Ich bin schon wieder ratlos. Ich denke übrigens, dass wenn ich hier ewig rumrätzele, dass ich dann... Kann ich hier noch eine nehmen? Oder was macht die denn? Wenn ich hier ewig rum... Eine Gasflasche reicht erst mal. Was sagst du? Wenn ich hier ewig rumrätzele, dass ich das dann vielleicht irgendwie zusammenschneide. Dass ich mir Zeiten aufschreibe und dann einfach versuche, wenn ich merke, dass es jetzt auch ein bisschen wenig unterhaltsam wird. Soll ich das vielleicht? Ich soll das nicht anbrennen. Das ist das Einzige, was mir einfällt, weil ich hab nur brennbares Zeug, was ich da hochschleudern könnte. Eine viel zu heiße Lampe macht hier keinen Sinn. Ich guck einfach mal ein bisschen was durch. Nicht alle Probleme lassen sich mit Alkohol lösen. Oh, das geht... Ah! Tatsächlich! Nee? Okay, schneller machen könnte ich die Sache schon mal. Jetzt fehlt nur noch... ...irgendwas, was ich reintun kann. Ist da unten am Ofen noch irgendwas? Das hab ich mir, glaub ich, nicht so genau angesehen. Wo war die Leiter hier? Wir müssen uns seilen, das doch. Hm, hm, hm. Mit der Pumpe lässt sich die Schleuse leeren. Das ist richtig. Autsch! Das ist wohl zu heiß für mich. Oskar! Das ist doch genau die richtige Aufgabe für mich. Das find ich nämlich auch. Und nun? Ach so, da müssen dann die Brickets rein. Damit die Pumpe anständig arbeitet. Und dann... ...ist die Temse leer. Ja, aber da fehlt mir trotzdem noch. Irgendwas fehlt mir noch. Und dann... ... ich weiß noch nicht.